Ich bin ein Künstler aus Österreich. Mein Werk hinter mir ist ein Keramikwerk, wo ich sehr viel mit Keramik arbeite. Und das ist zum Beispiel das Werk Seelenreinigungsmaschine. Also die Seelenreinigungsmaschine, das sind eben die Seitenteile, das sind eben das Symbol der Mensch und das Mittelteil ist eben das Wasserteil, das ist eben das gereinigte, also Seelenreinigungsmaschine. Ich bin in der Nähe von Hüttenberg zu Hause, habe mein Atelier, also das Atelier 2000 und kann von hier aus also relativ gut arbeiten. Ich komme hier eigentlich von hier in die ganze Welt. Und ja, hier die Pionale, wo ich dabei bin, ist eine Chance für mich, eben hinauszugehen als internationaler Künstler. Und das ist wirklich toll, hier in der Pionale in Hüttenberg dabei zu sein. Ich bin in der Pionale in Hüttenberg. Vielen Dank.